In diesem Video ist das Regal bunt, am Himmel ein paar Wolken, die Aussicht geteilt und der Chefkoch am Werk. Schönen guten Morgen Leute, ihr könnt mal die Truppe wecken, dass wir loskommen. Ich mache der Waldzottel klar und dann geht es einkaufen. Denn wir stehen hier ein bisschen im Weg. Der Parkplatz ist schrumpelvoll. Wir sind ja gerade Letterkenny. Und ja, im Vergleich zu gestern Abend, voll voll. Zottel wäre soweit. Wo sind die beiden? Habt ihr sie nicht wach gekriegt? Schlafen noch so tief und fest, muss ich da eingreifen. Okay. Wie ihr übrigens seht, Zottel ist wunderbar aufgeräumt für die Fahrt. Auf Jungs jetzt. Und jetzt räumen wir mal hinten. Na, Jungs. Frieder, was liegst du da? Ganz oben. Ah, komilot, auf jetzt. Bewege deinen sandigen Hintern. Und der Rest kann weiter pennen hier. Immer erst am Montag wieder hier rüber watten muss. Echt schlimm. Wir brauchen einen Tesco und der ist 1,6 Kilometer weg. Juhu. Dann mal los. Elf Grad kühl ist es übrigens. Gerade eben hat es noch einen Graupelschauer gegeben. Jetzt gucken wir mal, dass wir rauskommen, ohne irgendein Auto zu berühren. Jawohl. Funktioniert halt besser als damals mit dem LKW. Und los. Gestern Abend hier gelaufen. Heute fahren wir hier die ersten Iren schon in kurzer Hose unterwegs. Bei 10 Grad kann man das wohl mal machen. Und während sich der Rest durch die Hauptstraße wirkt, fahren wir links wirkend. Dann gucken wir mal, wie der Tesco aussieht. Et voilà. Da sind wir. Rieses Shopping Center. Mit einem Zügel. Das ist hier aber noch nicht der Tesco. Der kommt weiter hinten. Da sind wir. Tesco. Stellen wir uns mal far far away und parken. Dann wollen wir mal losgehen. In den Wind. Leichten Graupel immer mal wieder. Und den Tesco. Rein ins Shoppingparadies. Ein Riesenshop. Da müssen wir erstmal suchen, glaube ich. Mal wieder ein paar Tortellini. Esse ich auch gern. Fleisch Philadelphia haben wir schon. Und jetzt brauchen wir noch dringend Sahne und Milch. Käse haben wir, glaube ich, noch. Oliven. Keine Lust drauf. Butter geht aber auch langsam den Bach runter. Aber das müsste so gerade noch reichen, bis ich wieder zu Hause bin. Thema Sahne. Recht schnell gefunden. Ich hoffe, es ist die richtig. Über 2 Euro der Becher. Der Wahnsinn. Unser Lieblings-Karamell-Vanille-Pudding gibt es hier aber nicht. Cool ist, dass es hier Lauch einzeln gibt. Das kommt uns entgegen heute. Bei Tesco gibt es eigenen Tesco-Reis. 90 Cent nur. Das ist eine 250 Gramm Packung. Die man einfach nur noch mit ein bisschen, ganz wenig Wasser erwärmen muss. Und dann kann man die essen. Perfekt für unterwegs bei uns. Und vor allem hält sich das Zeug ewig bis September 24. Also da geht da nichts kaputt. Und 90 Cent ist echt Schnäppchen. Das klappt sonst teurer. Unsere dunkle Barbecue-Soße ist aus. Wir nehmen mal eine irische mit vom Chef. Mal sehen, ob die was kann. 2,95. Einer der günstigeren. Der Rest teurer. Mayo auch alle. Nehmen mal eine lokale mit, glaube ich. Gucken was die können. Davon hat man immer länger noch was. Ist immer spannend dann. Können wir in Albanien irische Mayo essen. Ja, wenn man Zeit hat, kann man sich hier echt ewig drin aufhalten. Das ist der Mördereinkauf. Also nicht von der Menge her, aber von den gelaufenen Kilometern und den Eindrücken. So, und jetzt müssen wir mal da hin, wo der Schnaps steht. Zum Whisky. Ich musste ja noch was mitbringen für den guten Thomas. Da sind wir auch schon. Schade, habe ich keine Club Card. Aber hilft schon nichts. Der hier soll mitkommen. Und da man auf einem Bein nicht stehen kann, gehen zwei Bottles mit. Nicht für mich. Für mich vielleicht nochmal zwei Dosen Guinness. Oder vier Dosen. Wir haben vorerst mal was wir brauchen. Und gehen zur Kasse, die hier zufällig gerade ist. Futter verräumt. Bevor es jetzt aber weiter geht, ihr seht's. Porridge ist in der Arbeit. Wie Porridge wohl mit einem Schuss Whisky schmeckt. Gute Sterne für mich. Sonst würde ich das jetzt auch nicht probieren. Essen fertig. Und die guten News sind, unser Free Bears Verpflegungspaket ist bei Megamobil in Österreich angekommen. Wenn wir also wieder zu Hause sind, haben wir wieder den Van voll. Saugeil. Dankeschön. Ist der Leid voll gefressen. Es geht weiter. Der Rest vom Team isst kein Porridge, wenn nicht... Na ja, ihr wisst schon. Free Bears drin ist, ne? Weigern sie sich. Streik. Los geht's. Wir fahren jetzt 80 km in vermutlich zwei Stunden Richtung Norden an den nördlichsten Punkt Irlands. Und was uns da erwartet, das sehen wir dann, wenn wir vor Ort sind. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir aus dieser wuseligen Stadt wieder rauskommen. Unbeschadet. Ohne an LKWs hängen zu bleiben oder sonst irgendwie komische Dinge zu tun. Einfach raus, wieder aufs Land. Ein Tag statt. Reicht völlig. Ich widme mich dann mal wieder meinem Hörbuch. Das geht langsam in die spannende Runde. Es sind schon zwei Tote. Also, mal sehen, ob da noch mehr dabei kommt. Unbeschadet mit uns. Der letzte Anstieg. Es geht noch mal heftig den Berg hoch, hier ans nördlichste Ende von Irland steht ein alter Betonturm und wir suchen mal einen Platz, wo wir parken können, unten war schon einer, aber der war auch voll und hier ist auch gut was los, kreuz und quer stehen sie da schon. Sieht frühlingshaft draußen, aber ist es nicht. 10 Grad und kalter Nordwind. Mütze. Da steht der gute Zottel also am nördlichsten Punkt Irlands, den man mit dem Auto erreichen kann. Vor uns noch ein roter Mercedes und dann das Meer. Mehr ist da nicht. Hier endet auch der Wild Atlantic Way für uns, für andere startet er hier vielleicht, wer weiß, an diesem komischen Start- und Zielturm. Wir haben somit die Ziellinie fast überfahren und sind am Ende angekommen. Und das Ende heißt Mellon Head, Islands Most Northly Point. Seit über 200 Jahren wird er schon Ausschau gehalten und Kommunikation getrieben. 1815 haben wir die Briten den Watchtower gebaut. Die Briten haben 185 sehr viele Watchtower gebaut, um sich gegen die Invasion der Franzosen durch Napoleon zu schützen. Später hat dann die Versicherungsfirma Lloyds auf London diesen Turm benutzt, um mit Schiffen Kontakt aufzunehmen. 1902 hat Lloyds dann die Marconi Wireless Company angefordert, um eine Funkstation im Turm zu errichten. Das Militär hat dann diesen Turm auch wieder in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg genutzt. Von daher stammen auch die Witton-Bunker. Hier geht es zum Hells Hole. 665 Meter. Das ist auch so ein Springwasser-Ding. Wenn die Wellen da ordentlich reinballern, gibt es da gut Gischt. Heute vermutlich eher nicht. Das Meer eher auf der ruhigen Seite. Ja und selbst die Titanic hat mit diesem Funkturm 1912 schon Funkverkehr gehabt. Und Haie gibt es hier auch. Und ein Schiffsfriedhof liegt hier auch oben. Ozeanliner und deutsche U-Boote. Alles was sinken kann. Ist hier auch schon gesunken. Und da steht da. Melon Head Wild Atlantic Way. Ende Gelände. Und wisst ihr, was ich hier noch nicht gesehen habe? Ein Camping-Schild verboten. Oder ein No-Overnight-Camping-Schild. Oder ein Whatever-Schild, das irgendetwas verbietet. Also. Türntorf, ne? Wenn man hier also voll Richtung Norden guckt, guckt man an Schottland vorbei, an Island so ein bisschen vorbei, an Grönland vorbei und irgendwann kommt der Nordpol. Kein Scherz. Aus der Richtung kommen wir. Da stehen die Schäfli auf der Weide. Eine schöne Sandbucht steht noch rum. Und Felsen im Wasser. Grandios. Und der Parkplatz ist nicht wirklich groß. Also mit dem Zottel geht es noch. Aber mit längeren Fahrzeugen muss man sich das vielleicht ein bisschen überlegen. Vor allem in der Hochsaison, ob man hier hinfährt. Und diese Steinformation, 80, Irland, die gibt es die ganze Küste entlang. War immer mal wieder auf Google Maps zu sehen. Mal besser, mal schlechter erhalten. Und 80, das ist wohl die letzte. Und mal wieder echt Glück mit dem Wetter heute. Kommen wir hier an. Strahlen blauer Himmel. Grandios. Erinnert ihr euch noch? Ich war am Misenhead. Misenhead to Melonhead. Das ist so eine bekannte Route, Verbindung für Fahrräder, Wanderer, Autofahrer. Südwestlichster Punkt und nördlichster Punkt Irland. Da mache ich das richtig im Kopf ab. Würde man sagen, haben wir auch geschafft. Ich habe Zottel ein Stück umgeparkt. Wir sind jetzt auch über die Start- und Finishlinie drüber. Die Bunkerüberbleibsel allerdings nicht wirklich der Rede wert. Kann überall reingehen. Aber es ist immerhin sauber drin. Es gibt eine kleine Feuerstelle. Aber das war es dann auch. Man kann dann auch wieder entspannt durch die Fenster rausgehen. Denn da ist nichts. Da hinten steht noch so ein kleines Hüttli. In dem sieht es aber genauso aus. Schöner Blick. Windgeschützt immerhin. Und eine kleine Feuerstelle hatten sie hier. Man kann hier also noch wunderbar bei schönem Wetter durchs Gelände streunern. Man kommt sogar bis runter ans Wasser irgendwie, glaube ich. Also bis an die Steilküste. Schwimmen ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Ich finde es genial hier. Und denke immer mehr darüber nach. Vielleicht hier eine Nacht. Nicht mehr weiterfahren. Einfach hierbleiben. Zeitlich ist es drin. Wie ihr gut sehen könnt, auch die Jungs genießen den Blick nach draußen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, ich sitze kurz drin. Aufwärmen von einem kalten Wind. Und ich muss kurz mein Funk-Mikro laden. Ich will gleich noch zu diesem Blowhole laufen. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Strom im Mikro. Sonst hört ihr nichts mehr. Dann müsst ihr Lippen lesen. Jungs, macht keinen Scheiß. Ich bin gleich zurück. Ruhig geworden hier an unserem Turm. Keiner mehr da. Stehen hier ziemlich alleine rum. Jetzt auch nicht mehr lang, denn wir gehen zum Hells Hole. Schaffen wir gerade 665 Meter. Schauen wir mal, was es zu entdecken gibt. Hier am Cliffee. Hoffentlich weht es uns nicht von der Klippe. Pustet nämlich schon ein recht zügiger Nordwind. Heute Nacht wird es kalt. Nur 4 Grad soll es geben. Truma-Heizung macht schon seit Tagen wieder einen guten Job. Qualmt nicht, macht keinerlei Probleme. Sehr cool. Und die DJI Action 3 macht auch weiterhin Spaß. Also gegenüber der GoPro ein Quantensprung besser an Qualität und Freude an der Arbeit damit. Und so läuft man hier teils hart an den Klippen entlang. Auf einem ordentlich angelegten Weg. Ich habe noch nicht mal Wanderschuhe an. Ich habe mal einen normalen Geox an. Bisher tun es die. Wichtiger Hinweis. Wenn wir hier weiterlaufen, sind wir auf einer Farm. Ja, geil. Wollte immer mal auf einer Farm sein. Hat aber irgendwie keine Farmtiere hier. Schade. Ein paar Schelfli werden noch lustig. Die hätten heute bestimmt auch wieder weniger Locken. Ziemlich raue Felsformen hier, die uns vor dem Atlantik schützen und hier seit Jahrtausenden ihren Dienst machen und das Land beschützen. Vermutlich könnte man sogar Jahrmillionen sagen, aber ich will jetzt mal nicht so hoch greifen. Und während ich über die Jahre schwadroniere, sind wir glaube ich da. Vermutlich das Geländer zeigt, dass hier das Hellloch ist. Wo der Nordatlantik rein strömt und dann drin explodiert. Da geht noch ein Weg entlang am Geländer. So in den gefährlichen Bereich. Kann man ja mal machen, oder? Ist ja kaum Wind. Wird uns schon nicht wegblasen. Und sind ja auch keine Wellen heute. Schade eigentlich. Hier bei einem ordentlichen Weststurm, das muss schon geil sein. Da steppt hier der Ozeanbär. Man sieht leider nicht viel. Aber mutige Vor. Ein Stück weiter gelaufen hier an der Klippe entlang. Das sieht schon leicht bedrohlich aus. Die Rinne. Krass. Das würdet ihr mal gerne sehen, wie da die Post abgeht, wenn es da rein drückt, das Wasser. Aber bevor hier einer von euch noch stolpert, gehen wir lieber wieder auf den richtigen Weg. Wir wollen ja nicht vom Weg abkommen. Ich laufe mal ein Stück weiter. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Denn ich glaube, wir haben das Loch noch gar nicht gesehen. Das war nur ein Seitenloch. Das gerade eben war nur ein Seitenloch. Denn hier die Küste weiter. Kommen wir jetzt dahin, wo das echte Loch ist. Nämlich hier. Ich halte euch mal ein bisschen über den Fels und den Abgrund. Vielleicht seht ihr ein bisschen mehr als ich von hier. Sieht schon ein bisschen erschreckend aus. Mal sehen, ob wir noch einen besseren Blick kriegen. Irgendwie. Ohne abzuschmieren. Wäre ja schon ganz nett. Aua, Fuß. Vielleicht doch besser Wanderschuhe. Hier geht es noch auf eine kleine Klippe raus, die hoffentlich hält. Sieht schon geil aus, oder? Jetzt nicht umknicken und runterfallen. Das ist vorbei. Jetzt sind das hier die letzten Aufnahmen. Wow. Ja, da kann man schon mal reingucken und fallen. Der Weg geht noch weiter. Mal gucken, ob wir noch einen anderen Blick rein kriegen in die Kamera und in unsere Augen. Guck an, hier sind die Türmchenbauer auch unterwegs. In den Barren durfte man es nicht. Hier darf man es. Auf jeden Fall stehen hier welche rum. Und wir laufen jetzt mal noch bis zum Ende des Loches. Wirkt schon ein bisschen bedrohlich, oder? Was meint ihr? Diese Wand. Und jetzt sind wir am Ende des Lochs angekommen. Wo dann die Gischt hinspritzt, wenn hier mal Nordwestwind vorherrscht. Ah, müssen wir noch mal herkommen bei Sturm. Irgendwann. Ein ähnlicher Wintersturm oder sowas, ne? Das wäre doch mal was. Könnte mich täuschen, aber ich glaube, es gibt noch ein drittes Loch in die Hölle. Krass. Oh ja, auch noch mal eine gute Einkerbung, in die das Wasser gut reinstürmen kann. 20 Uhr, nee, 22 Uhr ist Holzblut. Momentan die Geschichte sehr ruhig. Deswegen wenden wir unseren Blick ab. Geht bergauf. Erkleben wir mal noch den letzten Hügel hier. Gucken, ob es da auch noch was zu sehen gibt. Oben, da jetzt sehen wir den Turm. Und das Meer und die Steilküste. Hier ist jetzt auch nur noch normale Felssteilküste. Ohne weitere Einschnitte ins Gebirge. Ihr wisst ja, ich laufe gerne so halb bis zum Ende. Habe jetzt gemacht und werde belohnt mit diesem Blick. Werde gegen die Sonne. Aber hola, die Waldfee. Das ist ja mal. Riese Felsen noch im Wasser hier vor dem Halbinseli. Wow. Und ich würde sagen, mit diesem letzten Anblick auf diese schöne Aussicht verlassen wir das Ende diesen Teils und gehen wieder ins Ende von Irland. Das ist ganz da vorne oder da hinten. Je nachdem. Oh, aber wir gehen ein Stückchen anders, denn ich will noch bei den WCs vorbei und mir die noch kurz anschauen, wenn das WCs tatsächlich sind. Hier ist nochmal ein Bild vom Hell's Hole. Ich bin jetzt bei den Toiletten und ich glaube, war doch das erste schmale Ding. Okay. Und irgendwas piepst hier ganz grusig. Ja, so, für den Piepston. Der liegt nicht an mir, der ist hier einfach. Und hier gibt es super coole Toiletten. Alter Verwalter. Grandios. Da können wir noch Bio-Toi-Urin irgendwann mal wegbringen. Cool. Und halt auch mal Toiletten, die offen sind. Das ist das. Gab es ja auch nicht so häufig. Schöner Spot hier und das Team hat entschieden. Der Kuppelhoff hat gerade geschrieben, sie wollen hier nicht weg. Wir bleiben, wenn uns keiner verscheucht. Ich glaube aber, wir stellen uns noch um. Und hier links vor das Hüsli. Da stehen wir gerade und nicht ganz so präsent, wenn die Leute hier hochfahren. Eigentlich wollte ich jetzt gerade noch Drohnen fliegen gehen, aber ich glaube, da wird nichts. Das ist Sonnenwind. Und das kommt nicht gut. Selbst wenn die Drohne dagegen ankommt, wird es ruckelig und die Aufnahmen unbrauchbar oder die Drohne treibt ab. Vielleicht morgen früh, wenn wir Glück haben. Aber heute wohl nicht mehr. Dafür aber gute Neuigkeiten. Essen! Ich habe einen Plan. Aber jemand muss es machen. Oh, und gerade eben habe ich ein Bild gekriegt über WhatsApp von Mona. Das kann ich euch jetzt nicht sagen oder zeigen. Ihr seht es dann, wenn ich bei denen bin. Aber ich mache mir langsam Sorgen, ehrlich. Na, ganz ehrlich, heute habe ich Bock zum Kochen. Hühnchen mariniert. Danach kommt dann noch Sahne und Milch dazu und Knödel habe ich noch. Es gibt dann auch wieder mal ein leckeres Geschnetzel, das habe ich schon länger nicht mehr gehabt, glaube ich. Und da fällt mir gerade noch ein, wir haben Weißwein noch dabei, vom Thomas von Megamobil. Der wird da auch noch ein bisschen mit verheizt und dann getrunken. Als erstes muss erst mal festgestellt werden, ist der noch gut. Mh, lecker! Hühnchen, Knoblauch, Zwiebeln im Topf angebreitet, jetzt mit Wasser abgelöscht. Und hier liegt schon der Lauch, der wird jetzt auch noch da nahe geschnipselt. Und dann kocht das Ganze lustig vor sich hin. Ein bisschen Bouillon habe ich noch rein. Knobli, Gewürz, Curry, Cayenne, Pfeffer und normaler Pfeffer. Und da müssen wir natürlich noch die Knödel machen in heißem Wasser. Aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen, fertig. Und weil das ja letztes Mal schon geil geklappt hat, jetzt auch wieder zwei Töpfe auf die einer Induktion. Super, es köchelt links noch ein bisschen vor sich hin. Das reicht, ab und zu umdrehen und das Wasser kriegt die volle Power ab. Das ist so cool. Und wie schnell das immer geht, die Knödel kochen. Das ist echt ein Traum. Die Dinger können jetzt vor sich hinziehen und ich kümmere mich da drum. Soll da eine Sahne-Creme-Soße geben, deswegen muss da natürlich ordentlich Sahne rein. Da kocht man so entspannt vor sich hin und plötzlich steht eine rote Van mit im Bild. Kobelot, das ist unhappy. Friedrich kann auch dran vorbeigucken. Mich schnärzt nicht, denn ich bin abkochen. Und das Wetter ist immer noch gut, der Wind gefühlt wird er stärker. Also es pfeift hier gut rein und Rum. Aber solange wir Rum, Whisky und Wein an Bord haben und Guinness haben wir jetzt auch wieder. Ach Gott, wir können heute noch lang feiern, den Tag des Erreichens des irischen Endes. Ich sag's ungern. Ach was, schmeckt mir die Hölle. Alter, ist das geil. Und das Schöne ist, mit Stäbchen kann man das supergut aus dem Topf holen. Und Trauben, der Lauch, das Fleisch, ich glaub wir können essen. Der Wein dazu. So Freunde, das Essen ist angerichtet. Knödel. Wow. Ich glaub, das ist das geilste Essen auf der ganzen Tour. Und das Hündchenfleisch ist ja auch verdammt gut. Und die Knödel. Ja, die Knödel sind auch von zu Hause. Die müssen aber auch weg. Zum Glück mögen die anderen Bananen keinen Lauch. Nach dem grandiosen Essen können wir noch mal kurz vor die Tür treten, oder? Und da seht ihr vielleicht, dass der Kobelot, der alte Scherzkeks, uns vorhin noch ein paar Steine unter die Reifen gelegt hat, dass wir gerader stehen. Der ist ja nicht so der Fan von Watte ins Hirnrutschen und so. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Das ist echt ein lustiger. Habe ich vorhin gar nicht so richtig gemerkt. Habe mich nur gewundert, was ist da irgendwie beim Rückwärtsfahren? War komisch kurz, aber dann ging es mit Anlauf. Ja, und hier geht so langsam bald das gelbe Ding da unter. Der Wind weiterhin ordentlich. Und mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Da sind Wolken, die verkacken bestimmt nachher wieder den Sonnenuntergang. Was wir nur aber noch für den Sonnenuntergang brauchen, ist ein halbwegs windgeschützter Ort. Denn hier im großen Wind kann ich das Stativ nicht aufstellen. Das ruckelt dann trotzdem so an der Kamera. Das gibt kein gescheites Bild. Wir brauchen Windschutz. Hier könnte gehen. Der Hausecke. Kommt immer mal ein bisschen was rum, aber deutlich besser als war nass. Das ist jetzt schon kalt. Kalt wird es erst nachher. Bis Sonnenuntergang ist noch eine Stunde. Da stehen wir wieder vor der Tür im eiskalten Wind. Die Canon läuft. Die Sonne weiß nicht so genau, was sie machen will. Ich fürchte, am Horizont ist doch noch einiges an Gewölkmeer, als wir jetzt gerade sehen. Und dass das ein Rohrkapierer wird, ist irgendwie so das Gefühl. Lass mich aber gerne eines Besseren überraschen. Die Sonne geht unter, aber ungefähr 20 Zentimeter über dem Horizont, nämlich in eine Wolkenbank rein. Das kommt heute, glaube ich, nicht unbedingt so super gut. Was ihr da seht, ist mein Stativ. Das war vorhin noch vor der Tür. Hier auf dem Parkplatz übrigens heute Nacht gut was los. So ab 22 Uhr, Autos kommen und kommen und fahren wieder fast genauso viel los wie heute Nachmittag. Echt verrückt. Was genau die hier gemacht haben, weiß ich nicht. Aber einen habe ich getroffen, auch mit Stativ und Fotoapparat. Der war am Polarlichter fotografieren. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich ja auch. Gerümpel rausgenommen, fotografiert im eiskalten Wind. Also es macht echt keinen Spaß so. Natürlich auch nicht super warm angezogen. Es war am Himmel so ein leichter Rutsch immer zu sehen. Ob das jetzt Polarlichter waren oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Überzeugt hat es mich nicht. Ich bin dann nach ein paar Fotos wieder rein. Das ist einfach zu ungemütlich draußen. Und jetzt ist es 2 Uhr. Da lädt ein Video hoch. Und ich schnappe mir jetzt die zwei Pappnasen und dann gehen wir pennen. Morgen machen wir uns auf den Weg in Richtung Dublin. Ja, die Rückreise beginnt definitiv. Der Kompass steht jetzt auf Süden. Aber wir haben auch noch Zeit. Wir haben heute den jetzt 25. und am 27. geht die Fähre erst. Also alles easy. Und draußen tröpfelt es vor sich hin jetzt plötzlich. Wo kommt denn das her? Ja, morgen Vormittag soll es eigentlich noch recht ordentlich sein. Naja, egal. Schlafen. Komm Friedrich, hast genug geputzt. Komm, Friedrich, ist sauberer. Und du hast auch alles gesehen für heute. Gehen wir mal pennen. Wir sagen Gute Nacht. Lass eine Tatze hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert doch gerne unseren Kanal, Mensch. Ist doch schön, wenn wir hier ein bisschen mehr werden. Oder alle mehr Freude dran. Und danke schön fürs Amazon Partner Link verwenden. Und den PayPal Support. Coole Sache. Freut uns immer. Riesig. Dankeschön. Und jetzt bis morgen. Gute Nacht. Ciao zusammen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017